Warum spielt ihr kein duo? Ja leider, es wäre auch echt geil duo zu spielen, das wäre auch ein chilliger Stream, aber du wärst Quartz, wäre halt auch neil. Ja man. Ja genau, wenn ich mal daheim bin. Ich spiele Leute nach der Runde, wir wechseln uns immer ab mit Massi. Okay, ich bin auf der rote Woche gerade. Das hat mit Dembélé schon echt Minus gemacht, oder? Ja gut, bis jetzt natürlich Minus, aber wenn Dembélé topfit sein wird, er ist immer noch nicht meiner Meinung nach topfit, hat er jetzt auch wieder Magenschmerzen gehabt und Tränen ausfallen lassen, keine Ahnung, der ist irgendwo vom Pech verfolgt. Ich denke mal ein paar Monate wird er schon topfit sein und dann wird Dembélé schon aufbauen. Ich hoffe, er kommt halt noch so gegen Ende der Champions League Saison spätestens in Fahrt. Oder halt jetzt gegen Chelsea vielleicht, ich weiß nicht, aber ob das zu früh ist für ihn oder nicht. Der Stream ist 8 Uhr, Freunde. Der Dembélé hat krass Karma kassiert. Ach, Digga. Okay, vielleicht am Anfang, aber jetzt ist es ja echt kein, ich weiß nicht, Digga, ob das Karma ist. Klar, die erste Verletzung kann man sagen, hat er Karma kassiert wegen seinen Streikereien und so, aber Leute, schaut mal, stellt euch vor, ihr werdet 19 Jahre alt und ihr bekommt ein Angebot von Barca, aber euer Verein will euch nicht gehen lassen. Oh mein Gott. Digga, wie würdet ihr da reagieren, Mann? Vor allem in dem Alter, da drehst du doch ein bisschen durch, man. Da denkst du so, oh mein Gott, Alter, wenn ich jetzt nicht zu Barca gehe, vielleicht werde ich dann niemals die Chance haben. Sonst spiele ich halt meistens zu zweit mit Stil oder halt mal mit Red zusammen. Alles klar, überlebt dich fast. Ach, easy XP Basis. Und Chak Chak als Belohnung, Digga. Ja, muss. Muss ich hab da rausgegeben. Kannst du dir vielleicht sogar noch, oh, zwei, nein, gönn dir, safe eins, gönn dir, safe eins. Den Letzter hast du echt geil weg, eng. Ich hab Angst, dass der jetzt aber kommt. Bitte, 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 bitte. Wenn w essentially ich auch Chak Chak kann. Oh. Wo ist der Penner? Nice. Das ist persönlich, ich muss nicht mitnehmen. Ne Mini-Shitties, oh. Chack, 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 musst du safe mitnehmen einmal. Genau, gerne Ne Mini-Shitties. Ich mach diesen Modus einfach jetzt. Skarbow, ja. Boah, Sniper, ich weiß nicht, willst du... Double Pump Guard... Kommt Leute, machst du Traum, drücken. Oh mein Gott, ich hab den Zug gebaut. Lauf, 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 lauf. Der Rakete ist nachgeladen gleich. Bau, 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 schichte, schichte, schichte. Jetzt, 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 mach sie, hol sie, hol sie. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Ohhhh. Ohhhh. Leute, was hast du denn gesagt? Ohhhh. Alle mal, oh mein Gott, in den Chat spammen. Abonniert alle Masi dafür in der Beschreibung. Oh mein Gott, Digga. Gönn dir den Chack, chack. Holy shit, Digga. Wie hab ich das überlebt, Alter. Ohhhh. Digga, das war nice, Alter. Gönn dir. So Leute, schafft Masi die Runde zu gewinnen. Das Ding ist, es geht als Reepick. Wenn du jetzt zwei Squads triffst, hast du absolut schon 15 Kills, weißt du ich mein? Oh, er woll. Komm, jag ihn doch. Oh. Ich hab ihn gehittet, ja. Wo ist der andere? Ich hab ihn gehittet, ja. Wo ist der andere? Oh. Alter, die machen so ernst, Digga. Ja, er macht das. Halt dich aus dem Massen. Der Typ heilt sich hier drinnen gerade an. So. Die werden halt ihren Nate-Grabier ableben, ne? Ja, ich kann es aber grad nicht verhindern. Hier unter mir heilt sich einer. Also hier bei mir irgendwo. Der hat eine Raketweifer nachmassiv. Hab ich, hab ich. Ach so, echt? Mhm. Guck mal kurz. Nein. Digga, mach du. Da kommt, da kommt, da kommt. Da ist eine Falle noch links, ne? Sneak dir die. Und links ist auch noch eine neue, andere Falle. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu, Digga. Genau, nimm die Falle mit. Mach hier oben ne Falle noch. Oben, oben. Hab nicht mehr, hab nichts mehr. Ach so, du hast dich schon gezielt. Nice. Nice. Let's go. Boah, Leute, Alter. Massi on fire, Digga. Durch, durch den Zaun, Digga. Ich wusste nicht, aber dass man die so gut anhippen kann dadurch, gell? Doch, doch. Das hat einer mal bei mir gemacht, Digga. Seitdem weiß ich das ganz genau. Oder ist ein Squad? Oh, shit. Rechts, 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 rechts. Am Baum, am Baum. Warte kurz, warte kurz, bevor du auf ihn schießt. Die bekriegen sich aber gegenseitig, glaub ich. Das waren Einzelgänger. Ja. Ja, eben, eben. Ich kann aber nicht in die andere reinstellen. Lauf in die Zone, Massi. Lauf in die Zone. Du wirst zu viel Zeit wasten. Ich bin schon so oft wegen sowas gestorben, ne? Ich hab die dann noch irgendwie geholt, aber dann bin ich in die Zone gestorben. Lauf hinter, lauf hinter. Okay, minimal Damage kassierst du, Digga. Schau, das war ja nicht. Hättest du dir jetzt ein Gunfight, Digga, du hättest, das hast du so Struggle geworben da mit der Zone. Jetzt brauche ich hier schon, wir gehen in die Base. Die werden jetzt von der Zone. Da, 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 da. Oh, da auch, da auch. Oh, Massi, ich würde die nicht challengen, ne? Ich muss, Digga, weil die haben einen Fight. Die haben hier oben einen Fight. Oh, hinter die können die halt auch... Ich weiß, ich weiß, aber das ist eben das Problem. Okay, komm, scheiß drauf, Digga. Ich muss irgendein Team challengen. Lauf nach, lauf nach, lauf nach. Nein. Was hast du noch geholt? Komm, bau dich hoch. Du musst dich jetzt beeilen, die werden gleich hinter dir kommen auch. Genau, genau, perfekt. Da, da, da. Komm, hast du. Easy. Easy shot. Nice. Let's go, Leute. Was soll ich hier alles mitnehmen? Warte kurz, chak, chak. Chak, chak. Ich weiß nicht, was hier... Boah. Ich muss das nehmen, Bro. Nimmst du es jetzt ein? Ich nimm es ein direkt, ja. Okay, 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 okay. Nein, da kommen Nades. Scheiße. Was habe ich liegen lassen? Meine Shieldies, gell? Mhm, mhm. Ich nehme die Shieldies, baue dich danach hoch und use Raketwerfer. Du bist ziemlich nah in der Zone, Digga. Ich nehme die Shieldies. Die schießen schon auf mich, Anton. Bau dich hoch, Massi. Gerade hoch auf den Berg, meinst du? Ja, das wäre das smarteste Move, ja. Schnell, schnell, schnell. Ein Wechsel auf dein Holz, wenn's geht. Okay, Digga. Geh hoch auf den Berg, das ist grad die Powerposition. Ich höre hier ein. Ist das Raketen einfach nacht bleiben? Ja, ne? Ja, okay, perfekt. Da, 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 da. Pass auf, die haben mich nicht gesehen. Die haben mich nicht gesehen. Mach's, die bau dich rechts zu ihm hoch und hol den erstmal. Den Shotgun. Was ist der? Isi, Isi? Der andere nicht? Der ist, der in der Base. Moin Oh mein Gott Lass ihn auf, lauf in die Zone Oh nein Irgendwo ist noch einer Ja, Scarp Ja, lauf einfach Du wirst ein Kill bekommen Du wirst ein Kill bekommen Jetzt ganz ruhig, Masi Alles easy, xp Ich habe Slide Bug Lass nach, lass nach Zone, komm Ich mach jetzt kein Auge Er schießt rechts irgendwo auch runter Du bist in der Zone Mach sie nicht zu, Reckless Okay, komm Nice, nice, schön Okay, dann ein Kill hast du bekommen Da gibt keine Tür Okay, ich halte meine Maul, Digga Let's go, Alter Der hat irgendwo rechts runtergeschossen Irgendwo, ne? Der wurde geholt, der wurde geholt Okay, rechts, rechts, unter dir, unter dir irgendwo Von da haben die Ja, alles gut, alles gut, alles gut Ich höre alles Und dann Ja Jetzt komm, Alter Wolltest, äh, weiter Noch nicht ein Raketwerk Nein, 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 ich muss Ich muss smart machen jetzt, Bro Ja, die holst, hast du schon 20 Kills Boah, das sind so viele Oh, hau drauf, hau drauf Hau drauf, hau drauf Noch, noch, noch nicht, noch nicht, noch nicht Warte, die werden sich vielleicht gleich alle Wenn ich Geh hoch, Bro Tö, tö, tö Okay, treffer, Digga, ichs da Die sind ganz oben Runtergesprungen, die sind irgendwo runtergesprungen, gell? Da vorne? Ja, da vorne, okay, okay, jetzt musst du es mal Die sehen dich immer noch nicht, laufen die Zone gerade Soll ich Raketenwerfer oder SCAR Action machen? Ja, du musst erstmal den ersten Raketreffer ausmachen. Ja, den, 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 den jetzt. Scheiße, Digga. Machst du Raketreffer, Raketreffer. Raketreffer, Raketreffer. Bombardier, ich hab den afghanischen Angst. Schädig, schädig. Schädig, schädig. Schädig, schädig. Schädig, schädig. Schädig, schädig. Schädig, muss ich. Nein! Nein! Scheiße, Leute. Ich hätte das am Ende besser machen müssen bei den, bei den Squad, ne? Das hab ich nicht smart gespielt bei denen. Die erste Rakete war scheiße. Ja, die war scheiße. Mann, alter. Belastender Hase, Leute. Warst du nervös, gell? Ich wurde schon ein bisschen nervös. Ja, ja. Du hättest, also, du hättest 22 Kills oder so. Ja, ich hätte echt ne Klasse noch nicht machen können. Egal, Leute. Schade, Mann. Ich weiß nicht, Digga. Da spiel ich lieber selber das Gameplay. Weißt du, wie ich mein? Wo sind die? So. Da ist einer. Endlich. Wow. Werdet ihr Kompetitive spielen, falls Fortnite-Comp rauskommt. Scheiße, seine Gang kommt. Boah, das ist auch echt ne gute Frage, Digga. Ja. Ah, das ist einfach Digga. Wo die alle, Alter. Pam, pam, pam. Brauch. So. Noch ein Spot. Voll. Habe ich jetzt alle? Ich bin mir nicht sicher, aber du hast auf jeden Fall alle. Ich bin mir nicht sicher, du hast alle, oder? Nein, einer ist noch niedrig gestrecket, Martin. Hol ihn noch, ne? Du hast einen niedrig gestreckt. Der liegt da vorne. Wo? Rechts vorne. Oh, da ist der Panner noch. Oh, noch einen, noch einen. ich habe ein leben ein bruder war noch eine also nicht gesehen noch gegner hinter dem felsen ja da oder was aber im teddyboot war ein felsen hinter dem felsen war noch ein gegner das hat es geil an höhere sensibilität leute massiver ins schnell drauf noch ein alter was gehen da also kommen die rakete hat er geht ja das ist für mich nur hochbauend Oh shit, da sind so viele jetzt. Oh ne, der ist ja nicht. Er ist oben da. Direkt vor dir müssen. Ich muss das Haus nehmen vielleicht. Im Haus bist du deswegen safe, weißt. Kannst du den Shot reinraben. Leute. Lock ihn in die Falle, lock ihn in die Falle, bro. Einer ist in die Falle gelaufen. Einer fehlt noch, einer fehlt noch. Let's go, Liga. Alter, Massi, Leute. Ich bin schlechter Form, Massi ist ein überragender Form, würd ich sagen. Diga. Krank, Diga. Jetzt bau die ein. Ich rein. Da war die. Da unten ist auch einer. Ach, scheiße, Mann. Nein, ich krieg wieder einen Snipeshot, Mann. Vom Fenster, vom Fenster. Hast du gesehen? Ja. Diga, ich krieg immer Snipeshot, hier ist mein Raketenherd, Mann. Oh, ich schiebe das mal so. Nice, einer. Der ist irgendwo im Haus, Alter. Finischt den mal schnell. Nein. Hier rein, hier rein, der ist, Diga. Die haben das voll kaputt gemacht, ne? Da ist noch irgendwo eine. Diga, was macht der da für einen Modus, Mann? Schieß ihn runter, Massi. So? Nein, 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 unten. Du musst unten kaputt schießen. Oh, Headshot. Sein Mate kommt. Das ist der andere. Da ist ein Schlürf hier unter dir. Fuck, 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 fuck. Da hast du gesehen, hast du gesehen? Nice. Was ist der andere, Alter? Schön. Ball, 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 Massi. Pass auf, fall, 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 nicht. Nein, nein, nein. Was ist der jetzt gerade so? Es schwitzt der Typ, ne? Der, egal, nice. Massi 1-Squad, du machst 19 Kills, wenn du es gewinnst. Ne, okay, komm, no pressure. Raketen sind auch noch im Start. Boah, dich rechts hoch bei dem, bei dem fetten Haus hier. Hier, dieses Haus, gehst du ruhig. Das ist ein bisschen kritisch, weil... Was macht Jumppad? Guck mal nach. Warte kurz. Ich will mich so hoch bauen, dass er mich nicht sieht, weißt du? Ja, ja. Ja. Ach so, ein Modus. Das war jetzt Bau direkt. Okay. Wobei, die werden sich halt alle gleichzeitig... Oder das eine in den Loot-Drop gegen es nicht. Warte, warte, warte. Dann sind es doch zwei. Ja, ja, das sind zwei. Hier hat er gerade in den Loot-Drop. Ich kann einfach leise, konstruier dich. Geht auch so, nicht. Alter, die haben mich gesehen. Du musst eigentlich unten und deren Base kaputt schießen, ne? Schön. Hallo. Finde ich ihn direkt. Safe. Der hat wieder RPG, ne? Scheiße, aber die sind absolut in der Zone und die pushen mich jetzt. Siehst du? Oh, wo, wo? Die sind da oben. Fuck, was mach ich jetzt? Oh, mit dir die. Oder geh ins Haus rein und fick den mit Shotgun. Ich hab noch fallen. Warte, 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 warte. Ich mach einzelne belastende Modus. Ich hab noch zwei Stück. Ich glaub, du bist sogar genau in der Zone hier, gell? Nein. Nein. Die haben auch fallen gesetzt. Die sind hier über mir. Scheiße. so ne kommt nein scheiße was mache ich jetzt anton wo ich aus so was von über die Masse muss die Platte legen das sind die Zeit muss sie als Sieg Nimm Ska Bro, nimm Ska. Dann kannst du ihn finishen. Ich geh jetzt einfach hoch Anton mit Raketenwerfer. Ist auch so, ist auch so. Okay, let's go Masi, komm. Geh ganz hoch, ganz hoch, ja man. Nein! Nein, Mann, Digga. Da hast du runtergefallen bist, gell. Deine Fallen, Fallen. Ja, Digga, was soll ich machen? Das Haus fand ich mir in der Krone, Mann. Immer so am Ende, Digga, immer so am Ende. Scheiß drauf, Leute, ich geh jetzt rüber. Dass du runtergefallen bist, gell. Dass ich runtergefallen bin, erst runtergeschossen, sonst hätte ich die gehabt. Ja, ja, mein ich ja.